Diese gefüllten Datteln sind ein super einfacher und schneller Snack. Dafür füllt ihr die Datteln einfach mit einem Nussmus eurer Wahl. Ich habe Erdnussbutter genommen und dann kommt noch eine Nuss rein, in meinem Fall eine Haselnuss. Ihr könnt die Datteln aber auch mit Kokoscreme, Pistaziencreme, Haselnussmus oder Mandelmus füllen. Danach werden die Datteln nur noch mit geschmolzener Zartbitterschokolade überzogen. Zum Schluss habe ich sie mit gehackten Haselnüssen, Kokosraspeln und ein paar auch mit grobem Meersalz getoppt. Auch hier könnt ihr die Toppings eurer Wahl nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020